Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, Promi-Geflüster. Es ist mal wieder Krimi-Zeit. Promi-Geflüster ist bei der Serie der Alte und einen Neuzugang bei der Serie. Den haben wir heute hier, den Timo Meitner. Hallo, grüße dich. Hallo, freut mich. Hi. Du hast Drehschluss jetzt? Genau, ich habe ein Bild gehabt heute draußen in der Eddstraße beim Präsidium und jetzt habe ich schon frei. Aber jetzt geht es her zur Sache bei uns. Wir flüstern heute ein bisschen, ganz locker, ganz entspannt. Schön, dass du Zeit mitgebracht hast. Das ist jetzt dein wievielter Fall mittlerweile schon? Das müsste jetzt mein siebter bzw. achter sein, den wir gerade machen. Und bis Ende März, bis Anfang April, so, bis Anfang April werden jetzt gerade die aktuelle Staffel noch ausgestrahlt. Das sind noch zwei, drei Folgen, glaube ich. Wir haben jetzt gerade gestern die Halbzeit gehabt, heute ist Samstag. Vier kamen jetzt und vier kommen noch. Dann geht es ja sogar noch ein bisschen rein, bis Ostern sowas. Genau, ja. Also vier Wochen noch. Toll, toll. Und da bist du jetzt in dieser Staffel das erste Mal dabei. Und wie kommt es an? Wie ist die Resonanz? Weiß man da schon was? Ich glaube, es kommt ganz gut an. Also man bekommt natürlich hin und wieder Nachrichten von den Zuschauern und man bekommt es auch an den Quoten mit und so. Aber das meiste, was ich natürlich zurückbekomme, sind die Nachrichten von den Zuschauern, was ganz liebe und tolle Nachrichten sind. Und da freue ich mich jede Woche drüber. Nee, das ist doch, glaube ich, ganz gut. Ich meine, gut, klar, wenn man jetzt aktuell dann läuft sozusagen, dann ist es auch nochmal ganz anders. Jetzt sind dann acht Wochen rum, dann ist wieder ein bisschen Pause und dann kommt vielleicht erst in einem halben Jahr wieder die nächste Staffel sowas. Frühestens. Ich glaube eher wieder in einem Jahr. Okay. Weil ich weiß noch, früher war es doch ein bisschen anders geregelt. Da gab es dann wirklich die vier Krimiserien am Freitag und die waren dann immer so im Wechsel hintereinander weg. Und nicht immer blockweise. Da kenne ich mich leider gar nicht so aus, weil das meine erste Erfahrung als feste Rolle in einem Format ist. Deswegen ist das alles noch, was die Ausstrahlung angeht, Neuland für mich. Zu deinem Charakter würde ich sagen, kommen wir gleich. Du kannst dich gleich ein bisschen ausholen. Aber wie du eigentlich zur Schauspielerei kamst, war ja eigentlich auch einer mehr oder weniger Polizeiserie zu verdanken. Großer Fan von? Jan Fedder, das Großstadtrevier. Genau, ganz genau. Und die sind schon 30 Jahre am Start. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Eine große Tradition. Ich habe wahrscheinlich bei weitem nicht alle Folgen gesehen, aber als kleines Kind habe ich damals mit meinem Großvater zusammen, der sehr polizeiaffin war, das Großstadtrevier gesehen. Und durch meine Eltern durfte ich in einer TV-Show den Jan Fedder kennenlernen. Und als kleiner Steppke durfte ich den dann beim Set begleiten und gucken, was er so macht. Und da habe ich gemerkt, ach, das ist ja gar kein Polizist, sondern ein Schauspieler. Und wenn man nicht nur das, sondern auch noch vieles anderes spielen kann, dann möchte ich das auch machen. Okay. Und da ging es dann so richtig los. Oder wäre vielleicht lieber die Polizei dein Berufswunsch dann gewesen? War schon ein Schauspielfach? Ganz am Anfang, bevor das wirklich so passiert ist, wollte ich Polizist werden. Aber seitdem war ohne Unterbrechung eigentlich der Schauspielberuf mein Traum. Ja. Prima, prima. Und wenn man auch so deine Vita mal ein bisschen durchliest, dann bist du schon ganz gut dabei, trotz deines jungen Alters. Verschiedene Gastrollen in verschiedenen Krimiserien natürlich, die ganzen Sokos und natürlich auch Theatererfahrung. Da bist du auch schon ganz gut unterwegs. Ja, ich durfte so ein paar Erfahrungen machen in Stuttgart im Jugendclub damals. Und auf der Schauspielschule in Berlin habe ich an der Schaubühne in Berlin gespielt und im Schauspielschul-internen Theater und so. Also ein paar Mal stand ich da oben. Dann kommen wir jetzt mal zu deinem Charakter, zu deiner Rolle. Lenny Wandmann. Genau. Und der ist ja wirklich sehr sensibel. Alles muss akkurat sein. Wie arbeitet man sich so in die Rolle rein? Was gibt es da zu sagen? Na ja, wie du gesagt hast, Lenny ist ein sehr akkurater Mensch. Der braucht einen ganz klar strukturierten Ablauf des Tages. Der hat das Asperger-Syndrom, also eine abgeschwächte Form von Autismus. Das bedeutet, er ist ja auch immer nur drin im Präsidium, dass er nicht so gerne rausgehen möchte, weil er draußen zu vielen Reizen ausgesetzt sein könnte, weil da zu viele unberechenbare Faktoren sind. Und deswegen baut er sich eine ganz klare Struktur seines Tages auf, wie er was wann macht. Und so ist das eben auch dann im Präsidium, dass sein Tisch zum Beispiel sehr aufgeräumt ist, sehr akkurat ist, die Stifte sehr parallel liegen und Unordnung ihm eigentlich gar nicht schmeckt. Bei manchen Menschen muss er es akzeptieren, wie Annabelle Lorenz zum Beispiel, auch wenn das ihm ein Dorn im Auge ist. Aber zum Beispiel auch die Wand mit den Fotos der Verdächtigen und so muss ganz klar strukturiert sein und akkurat sein. Und das nimmt er sich auch raus, das einzufordern. Auch der Parkplatz gehört ihm, wie man so in seinem ersten Fall gesehen hat? Genau, der Parkplatz gehört ihm, obwohl er eigentlich Richard Voss gehört. Aber er nimmt sich den, weil da hat er früher geparkt und muss da jetzt auch immer parken. Das gehört zu seiner Struktur. Richtig, klar. Wehe, es kommt alles durcheinander. Im wirklichen Leben kennst du so Personen? Hast du da irgendwie Kontakt mit solchen Fällen? In meiner Vorbereitung habe ich mit Leuten gesprochen, aus meinem Umfeld auch, die zum Beispiel auch Asperger-Autisten im Umfeld haben. Auch solche Strukturen kennt man ja vielleicht auch von sich. Jeder hat seine Angewohnheiten und so. Deswegen sage ich auch immer, das ist für mich keine Krankheit, sondern jeder Mensch hat auch seine Angewohnheiten. Deswegen kenne ich viele verschiedene Varianten, was alles ein bisschen in Lenny mit reinfließt. Tolle Sache und wie gesagt, es kommt dann auch immer ein bisschen humorvoll manchmal rüber, sodass man dann letztendlich wieder ein bisschen drüber schmunzeln kann und nicht immer toternst auf den Fall fixiert ist. Ja, Humor ist immer schön, wenn man lachen kann, ist gut. Man darf natürlich den Fall nicht aus den Augen verlieren, aber ich finde den Lenny in gewissen Situationen sehr lustig. Und in gewissen Situationen tut er mir auch manchmal ein bisschen leid. Deswegen, da ist immer alles mit dabei und wenn wir einen Hoch und Tief haben mit den Emotionen, ist doch alles gut. Und wenn er sich komplett versteckt, dann sind es die Kopfhörer, die er dann aufzieht? Und wenn ihm es mal zu viel wird oder wenn er sich verstecken möchte oder mit etwas nicht zu tun haben möchte, dann kommt der Kopfhörer. Genau, sehr schön. Ja, das Team, so insgesamt, haben sie dich gerne aufgenommen und gut aufgenommen. Hast dich gut eingelebt mittlerweile schon? Total, ja, das Team ist ganz toll. Die Schauspieler sind großartig. Jan-Gregor Krem, Stefanie Sturm, Ludwig Blochberger, Christina Reiner. Die sind ganz tolle Kollegen. Es ist wie eine große Familie jetzt und auch immer die Gäste, die dazukommen, bereichern das Ganze total. Man kennt sich dann auch immer irgendwo, von irgendwo her und es ist immer ein ganz großes Wiedersehen. Und auch hinter der Kamera ist ein ganz tolles Team mit großartigen Menschen, die ich da nicht wegdenken möchte. Nee, es hat eigentlich natürlich schon Kult der Alte, den, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es den schon gibt, 40 Jahre fast. Ja, sowas. Die ersten Folgen, ich kann mich schon noch erinnern, mit Siegfried Lovitz seiner Zeit, dann der Rolf Schimpf war dann der Nächste und Walzer Krei, genau. Und jetzt eben hier Jan-Gregor, genau. Wann hastest du so die ersten Kontakte mit dem Alten sozusagen? Wann warst dir bewusst? Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber es ist schon eine Weile her, dass ich mal die eine oder andere Folge gesehen habe. Ich habe früher allgemein nicht so viel Fernsehen geguckt, wenn dann auch so, klar, ich kenne den Alten und den Tatort und so. Das sind so die großen Krimis für mich immer in Deutschland gewesen. Und dann gibt es auch noch Columbo und die ganzen, die man so kennt. Aber wann das war, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich schon die eine oder andere Folge gesehen und hätte mir damals niemals gedacht, dass ich da irgendwann mal auch meinen Senf dazugebe. Ja, so kann es gehen, genau. Nicht schlecht. Und mittlerweile lebst du in Berlin, aber ursprünglich gebürtig aus Esslingen, oder? So ist es, ich bin eigentlich ein Schwabe, der jetzt in Berlin wohnt. Muss man ja immer aufpassen, dass man das sagt, in Berlin. Also da könnte man jetzt auch schwäbisch sprechen. Könnte man, aber ich bin nicht so gut drin. Okay, ist auch besser so. Sollen ja alle verstehen, ne? Wobei, ich sage mal, Dialekt ist ja manchmal auch noch ganz gut wieder, ne? Ja, vor allem bei unseren Gästen bin ich immer wieder hellauf begeistert, wenn ich jemanden höre, der ein Dialekt richtig gut kann. Das verliert man ja zum Beispiel in meiner Generation jetzt auch, ne? Dass es dann eher Hochdeutsch gesprochen wird und finde ich immer wieder gut. Und dann bist du mir auch noch aufgefallen, vor kurzem in der Wasserschutzpolizei Wapro Bodensee. Das war jetzt einmal so eine Versuchsreihe sozusagen, acht Folgen, aber ich glaube, was ich gehört habe, Sie wollen es fortsetzen. Das weiß ich nicht. Ich war da auch nur Gast und als Gast kriegt man da nicht so viel mit, aber ich glaube schon. War ein nettes Format eigentlich, ne? Ja, das Umfeld ist schön und der Ole Puppe, der da mitgespielt hat, hat bei meiner ersten Folge beim Alten den Mörder gespielt. Das war auf jeden Fall direkt wieder ein großes Wiedersehen auch, auch wenn wir beim Alten nicht so zu tun hatten, kannten wir uns dann von der Leinwand sozusagen. Und ja, es war schön, der Bodensee ist wunderschön, gerade im Sommer und wir durften rudern, was ich davor niemals gemacht habe, habe ich da gelernt. Und das kommt so, wenn man Schauspiel macht, lernt man ganz viele Dinge, die man sonst nicht gelernt hätte. Ja, nee, das war eigentlich auch eine ganz nette Episode damals, ja. Ja, jetzt, wie geht es beim Alten jetzt weiter noch, die nächsten Drehtermine, wie sieht es aus, wie lange seid ihr noch dran mit der Staffel? Wir drehen jetzt noch bis zum Mittwoch, also bis zum 22. März und dann haben wir vier Wochen Pause und dann geht es weiter mit den nächsten zwei Folgen. Wie lange ist man in so einer Folge dann etwa dran? Wie lange braucht man da? Pi mal Daumen? Eine Stunde? Wird ja ausgestrahlt, ne? Ja, es sind zweimal eine Stunde, beziehungsweise ein 90-Minüter. Naja, wann haben wir angefangen? Wir haben zum Beispiel jetzt am 15. Februar angefangen und hören jetzt am 22. März auf, also ja, so fünf, sechs, sieben Wochen für zwei Folgen. Ja, okay, dann haben wir so ungefähr Ende Mai, Anfang Juni, Pi mal Daumen, ne? Oder Ende Juni sogar schon? Ja, nee, ich wollte bloß drauf hinaus, dann kommt die Sommerzeit, wie sieht es dann aus, wie geht es dann für dich weiter? Achso, ja, naja, also alles gut, alles gut. Also der Alte wird natürlich weitergemacht, das ganze Jahr über und mehr darf ich noch nicht sagen. Das alte Ding. Das alte Ding, aber es sind einige Projekte, die anstehen für dich. Ja, schauen wir mal. Also der Alte läuft natürlich weiter und das machen wir auch das ganze Jahr durch und was noch dazu kommt, werden wir bald sehen. Alles klar, da immer mal wieder dann reinschauen. Gibt eine Homepage sicherlich von dir? Meine Agenturseite, ja, da ist immer alles, was man gerade wissen sollte, aufgeführt. Oder Facebook, so, die ganzen Social Medias. Die sind ja ganz wichtig, genau, das brauchen wir ja heutzutage. Unfassbar, unfassbar wichtig. Wobei Facebook ja bei den Jugendlichen gar nicht mehr so angesagt ist anscheinend. Nee, nee, die sind ja schon wieder auf anderen Plattformen, ja. Instagram, Snapchat, etc., wie es alles heißt. Du auch? Ich auch. Ich habe Snapchat jetzt nicht oder ich twittere auch nicht, aber Instagram habe ich, Facebook habe ich auch. Nee, nee, der Grund liegt darin, die Jungen dann wieder, die gehen ja nicht auf Facebook drauf, weil da sind ja die Eltern schon, sonst könnten die ja was mitbekommen. Interessant, aha. Na ja, kommt drauf an, wie man sich benimmt. Oder umgekehrt, ne. Ja, also wie gesagt, dann schaut man einfach da drauf, wo es über Timo Meitner was zu finden gibt. Google eingeben, da findet man genügend, auf alle Fälle. Ich bin ja auch fündig geworden und habe auch den Kontakt gleich sozusagen hergestellt. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es hier geklappt hat. Ich habe, wie gesagt, schon einige Freunde von mir neben dir sitzen sehen, hier in dem Format. Das freut mich, dass du da schon auch ein treuer Zuschauer geworden bist sozusagen, ne. Und jetzt dann umso mehr dann noch. Ja, ich hoffe doch, ne. Also klar, ich freue mich immer wieder, bekannte Gesichter zu sehen. Und wenn wir jetzt auch so nebeneinander sitzen, ist doch schön. Also 2017, wie gesagt, den Alten schauen. Dann noch bis circa Ostern etwa oder kurz nach Ostern, prima Daumen. Und die neuen Fälle, die jetzt gerade aktuell gedreht werden, denke ich mal spätestens im Frühjahr, dann nächstes Jahr 2018. So vom Zeitgefühl her. Ungefähr um die Zeit, ja, denke ich mal. Sehr gut. Und wenn man noch mehr wissen will über den Timo, dann ruhig mal reinschauen auf der Homepage von der Agentur oder Facebook etc. Da erfährt man mehr. Ja, jetzt Wünsche oder deine Fans irgendwie, was noch? Darfst du gerne jetzt auch noch was rüberbringen? An alle, die mich kennen oder mich jetzt kennengelernt haben, vielen Dank, dass ihr der Alte guckt. Und ich hoffe, wir unterhalten euch gut und machen tolle, spannende Fälle für euch. Und ich hoffe, es geht so gut weiter und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Wie war das für euch immer mit dem zweiten? Dann sieht man besser, genau. So ist es. Genau. Ja, in diesem Sinne, auch bei Promi-Geflüster erfährt man immer wieder so einiges. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht an hier noch an Timo, dann ruhig Fragen her. Schreibt es in die Kommentare bei YouTube. Schreibt es mir an info at promi-geflüster.de. Ich werde es ihm dann gerne weiterleiten und ich denke mal, die eine oder andere Frage wird er dann schon persönlich dann auch beantworten, oder? Sehr gerne, sehr gerne. Immer wieder. Mal sehen, was kommt. Also gerne, könnt ihr gerne Kontakt mit ihm über mich dann aufnehmen. Ansonsten dir alles Gute. Vielen Dank. Ich bedanke mich, dass du kurz Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Und in diesem Sinne Grüße an die Kollegen. Mach ich. Und bis ganz, ganz bald. Alles Gute dir und liebe Zuschauer, bis zur nächsten Ausgabe. Euer Frank Stiller und... Timo Meitner. Tschüss.